Adam ist ein ganz normaler Junge. Doch als er das Geheimnis seines verschwundenen Vaters entdeckt, beginnt für ihn... Total schön hier. Danke, man sieht sich. ...das Abenteuer... Hallo! ...seines Lebens. Hilfe! Wer bist du? Tja, wie soll ich dir das beibringen? Also, ich bin dein Vater. Mein Vater ist Bigfoot? Könnte mein Leben noch schlimmer werden? Nein. Werde ich auch mal so sein wie du? Dann hätte sich das längst gezeigt. Die Haare, die über Nacht mega lang nachwachsen? Oder Füße, die durch meine Schuhe platzen? Und da ist noch was. Du kannst mit Tieren reden. Schön, dich kennenzulernen. Du kannst ganz normal mit ihm reden. Wie geht's euch, Jungs? Sehr erfreut, mein Kleiner. Ich bin weggegangen, weil man hinter mir her war. Die schrecken vor nichts zurück, um mich zu kriegen. Nein! Mein Vater braucht Hilfe. Wir müssen ihn retten. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Wuhu! Seid ihr bereit? War ich schon bei meiner Geburt. Genau genommen schon lange vor meiner Geburt. Ich musste ganz schön ackern, um durchzustarten. Hältst du endlich mal die Klappe! Ja! Was wollt ihr mal? Zieht euch mal tief rein. Lasst euch von dem Profi zeigen, wie's gemacht wird. Oh Mist! Ja! Mit den Stimmen von Lukas Rieger. Ihr habt's echt drauf. Richtig Spaß zu haben. Und Tom Beck. Genau so läuft das hier. Fühlt sich gut an, oder? Der absolute Wahnsinn! Bigfoot Junior. Was ist dieses... Internet? Ist das echt ein Ernst? Das war nur ein Scherz. Ich hab Freunde ohne Ende auf MySpace. Im Kino.